Wir sind die evangelische Jugend und wir unterstützen den Köln Marathon jetzt schon seit Jahren im Prinzip. Das heißt, wir sind hier im Zielbereich und verteilen die Medaillen. Deswegen ist der Köln Marathon total auf uns angewiesen. Ich bin jetzt zum dritten oder vierten Mal hier und es ist einfach wahnsinnig schön, wenn die Leute hier ins Ziel kommen und so erleichtert sind. Und die freuen sich, wenn man die dann feiert und die Leute, ja die feiern einfach mit und es ist einfach total cool. Und die Leute, die hier helfen, die sind auch total cool drauf. Super Stimmung ist hier immer. Die Sportler anfeuern, für faire Solidarität stehen und einfach Spaß haben, wirklich die Menschen hier zu unterstützen. Und es ist immer ein großes Event und wir haben viel Spaß dabei. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020